Vor über drei Jahren habe ich ein Minecraft-Let's Play gestartet, was ungeahnte Ausmaß angenommen hat. Ausmaße, mit denen ich damals selber nicht gerechnet habe, weil ich eigentlich nur eine Minecraft-Welt spielen wollte und ein bisschen was bauen wollte, wie jeder andere. Jedoch bin ich davon abgekommen, als ich mir ein Ziel gesetzt habe. Und zwar der Ember Palace. Das ist ein unfassbar großes Gebäude, was ich unbedingt in Survival Minecraft bauen will und werde. Leider bin ich in über 230 Folgen dieses Minecraft-Let's Plays in über drei Jahren Zeitspanne von dem Konzept weggekommen, dieses Haus wirklich zu bauen. Ich habe begonnen, Farben zu bauen, Farben zu bauen und noch mehr Farben zu bauen, die mir am Ende den Stuff geben, den ich für dieses Haus brauche. Mit dem Ziel, im Prinzip den gesamten Stuff ranzuholen und mit einmal das Haus zu bauen. So funktioniert es aber nicht. Und jetzt habe ich sechs Monate Pause gehabt, habe sechs Monate das Minecraft-Projekt nicht mehr gespielt und werde nun in Staffel 2 einige Änderungen treffen. Gleicher Spielstand, gleiche Welt, anderes Videokonzept, anderes Mindset. Das bedeutet, wir werden uns in Staffel 2 nicht mehr darauf fokussieren, Farben zu bauen und unfassbar viel Stuff ranzubekommen, sondern wir haben unendlich viel Stuff auf der Welt, auf der wir spielen. Das bedeutet, es wird nur noch darum gehen, zu bauen, zu bauen, zu bauen, zu bauen, den Elmerpillis zu verwirklichen, ein Skyline-Projekt zu verwirklichen, was danach schon immer mein Plan war und was verwirklich wird und den Stuff, den wir in über 230 Folgen, in zweieinhalb Jahren, Minecraft, erfarmt haben, diesen Stuff zu verbrauchen. Jetzt geht es erstmal ran, nach über sechs Monaten, die ich nicht gespielt habe, müssen wir mein Spiel updaten, sowie die Welt updaten, das sind alles, oder läuft alles momentan auf veralteten Versionen. Genau darum kümmere ich mich heute. Let's go, Staffel 2 von Minecraft Let's Play startet genau jetzt. Wir upgraden die Welt heute auf die 1.19.3 von der 1.18.1. Ich habe auch eine neue Kameraperspektive, wundert euch nicht, sonst ist es schon relativ spät am Abend. Ich habe gerade heute die Welt, mein Minecraft und dann gucken wir mal, ob alles läuft und wenn alles läuft, dann sind wir erstmal glücklich, das wäre erstmal richtig geil, wenn dann alles läuft auf 1.19.3. Ab jetzt will ich auch in der Beschreibung immer alle Mods verlinken, also alle Mods mit Fabric Loader und Co. findet ihr alles unten in der Beschreibung, falls sich das jemand nachkopieren will oder was weiß ich, müsst ihr nur reingucken und dann ist das alles easy. Also ich habe hier jetzt gerade irgendein Problem, ich weiß nicht genau welches. Diese Fehlermeldung wird angezeigt, ich denke mal, das hat mit dem Mods hier zu tun. Ich werde das jetzt mal fixen, ich werde Minecraft einfach zum Laufen bringen und wir sehen uns dann gleich wieder, sobald ich dann auf die Welt joiner, weil es ist jetzt unnötig euch zu zeigen, ich gucke mir das mal an. Wir befinden uns jetzt knappe zwei Stunden später, ein bisschen weniger. Ich habe jetzt hier rumgetüftelt und gemacht und getan und ich hoffe einfach, dass dieses Spiel jetzt startet. Und funktioniert, weil ich verdammt müde bin. Es ist, wie ihr seht, 22.23 Uhr. Gut. Das ist schon mal wichtig. Options, alles da, Singleplayer. Welten sind da, zwar alle auf 1.18, aber alle vorhanden. Replay-Mod ist da, Mods sind alle da. Morgen werde ich, wenn ich von Arbeit komme, direkt mal hier die Welt mit euch zusammen updaten und dann gucken wir mal, ob hier alles läuft auf der 1.19.3. Vorher werden dicke Backups, Saves gemacht und alles vorbereitet. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis gleich, besser gesagt. Boom! Da bin ich. An einem neuen Tag. Eher noch an einem neuen Morgen. Und wir gucken uns jetzt hier mal an. Ich muss erst mal, Digga, als allererstes erst mal Deutsch einstellen. Zukünftig habe ich mir auch schon überlegt, werde ich diese ganzen Aktualisierungen von allem nicht mehr in einem Video machen oder so. Sondern werde ich euch nur in den einzelnen Steps mitnehmen und sagen, ey, ich habe jetzt die Mods runtergeladen, habe jetzt das Game aktualisiert und die Welt aktualisiert. Und jetzt starten wir, ähm, weil das hier finde ich ein bisschen doof, muss ich sagen. So, dann Lukialzoom. Kann ich auch, komme ich auch nirgendwo rein? Ähm, wirst du leben, warte mal ganz kurz. Okay. Wir gehen mit der Version runter von der 1.19.3. Gehen wir jetzt so auf die 1.19.2. Ich installiere jetzt alle Mods neu. Weil manche Mods gibt es noch nicht in der 1.19.3 und die brauche ich, damit ich überhaupt die ganzen Einstellungen machen kann, die ich machen muss. Also ich bin jetzt hier in der 1.19.2. Und, äh, ich weiß, was ich tue. Und alle Mods laufen. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das so jetzt wirklich funktioniert. Aber, alle Mods laufen. Ich stelle einfach mal weiter ein. Kann wie gesagt sein, dass wir hier nochmal Vanilla Tweaks neu, also ich kann sein, oder wird sein, dass wir das nochmal neu machen müssen. Ähm, aber sonst sieht es sehr gut aus. So, wir sind fertig. Ich hab's geschafft. Es sind jetzt, äh, alle Einstellungen ordentlich. Der Himmel ist gefixt, auch bei 1.600, also auch bei Nacht. Sonst haben wir soweit alles durch. Die Mein Kampfsettings sind alle fertig. Alles ist gut, alles ist super. Ich hab jetzt gerade 18 geladene Chunks, wenn ich mich nicht irre. Und wir haben 400 FPS durch die ganzen Mods und durch halt alles, was hier im Hintergrund abläuft. Damit kann ich jetzt auf die Welten joinen und alle Welten anfangen abzudaten, beziehungsweise, was heißt updaten im Prinzip. Es ist das Einzige, was ich jetzt mache, die Welten als Sicherheitskopie zu speichern. Und nach der Sicherheitskopie werde ich dann halt raufjoinen und gucken, ob alles gut ist oder nicht. Und wenn halt was nicht gut ist, dann wird's kompliziert. Das werden wir uns jetzt gleich mal angucken. Ich werde jetzt trotzdem nochmal diese zwei wichtigsten Welten, also die beiden hier, werde ich jetzt nochmal extern speichern. Ne, sogar die drei Welten werde ich nochmal extern speichern. Also auf einen Stick, auf einen Stick ziehen. Und der Rest ist eigentlich eher so, ja, wenn's jetzt so nicht ordentlich aktualisieren würde, wäre ich jetzt auch nicht, oder wäre es nicht schade drum. Trotzdem werde ich ein paar Sicherheitskopien kurz machen. Sicherheits-Saves sind erstellt. Ich würde sagen, wir joinen einfach mal. Aber frag dich mal nach Sicherheits-Safe, Digga. Beste Welt, äh, beste Leben. Ja, das hier, also das hier ist mit einer der wichtigsten Vorbereitungswelten. Ich spiele jetzt in Minecraft seit fünfeinhalb Jahren. Und habe in den fünfeinhalb Jahren alle Wolkenkratzer, die ich irgendwo mal gesehen habe, ähm, entweder runtergeladen und oder, ähm, auf Servern gefragt, ob ich mir die auf eine private Welt ziehen darf. Und habe die hier gespeichert, um irgendwann alle Buildings zusammenzubringen. Das wäre echt geil. Das ist ja das so bekannteste Skyline-Projekt. Also hiermit irgendwann anzufangen, wäre echt ein Dream-Projekt. Wir haben dafür schon einen Spot gefunden, wo diese Skyline erschaffen werden könnte. Aber halt, first step ist der Emberpillus und halt das Lagersystem. Und ohne das brauche ich so ein Projekt gar nicht anfangen. Weil ohne ein Lagersystem mit so einen Massen an Blöcken zu hantieren, ist relativ sinnfrei. Gehen wir erstmal auf die Testing World. So, die Welt funktioniert auch. Dann werden wir jetzt mal auf die Hauptwelt joinen, wa? Bauwelt. Jetzt wird's spannend. Ja, sieht aber gut aus. Ist das geil. Aktuelle Version. Wir sind auf der 1.19.2. Entities leben noch. Küssen sind auch, ja, sind auch weiterhin voll. Fliegen wir mal kurz die einzelnen Dimensionen ab. Aber wenn jetzt hier schon alles gut lädt und funktioniert, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es zukünftig auch so sein wird bei allen anderen Sachen. Weil das auch alle anderen Farmen, vor allem in der Overworld, gut funktionieren werden. Ich hab so Bock, wenn ich das sehe. Habe ich so Bock einfach zu zocken. Gehen wir mal in den Nether. Ja, funktioniert auch einwandfrei. Kisten werden geladen. Farm wird geladen. So. Ja, Elmar Palace wird auch geladen. Der Hauptumschlag-Spot der nächsten Wochen. Aber irgendwie habe ich das ganze Game ein bisschen unflüssiger in Erinnerung. Oder unschärfer. Als wäre es nicht so clean gewesen damals. Aber irgendwie ist es geil, Digga. Oh. Ja, wird auch alles geladen. Funktioniert auch alles einwandfrei. Ohne irgendwelche Probleme. Ich weiß gar nicht. Was will ich denn noch? Also. Was will ich mit so viel Eisen anfangen? Was will ich damit bauen, Digga? Ähm. Ich weiß nicht, ob manche es wissen. Oder manche sich noch daran erinnern. Aber in Staffel 1 hatte ich immer das Problem. Also seit Beginn des Projekts. Seit drei Jahren. Hatte ich das Problem, dass ich hier über irgendeine Chunkgrenze gelaufen bin. Und sobald ich diese Chunkgrenze überquert habe, hat es ein kurzes Standbild gegeben. Immer. Und du konntest nichts dagegen machen, weil es ein Weltfehler war. Woher auch immer dieser Weltfehler kam. Und jetzt laufe ich hier lang. Und dieser Weltfehler ist weg. Es gibt hier nicht mehr diesen massiven, normalen Standardruckler, den ich sonst immer hatte. Sondern ich kann hier einfach durchgehen. Boah, ist das geil. Dann funktioniert technisch soweit erstmal alles. Die Welt ist geupdatet. Mein Minecraft läuft auf der 1.19.2. Ich werde jetzt nochmal ein paar Vorbereitungen für den Stream machen. Also bedeutet, ich will mir eigentlich so einen Facecam-Rahmen holen. Hier so drumrum guckt. Hier so. Dass wir so einen Facecam-Rahmen haben, der relativ das Bild integriert. Und das wäre ganz cool. Und dann sehen wir uns entweder im Stream oder im nächsten Video wieder. Und legen dann mal richtig los mit dem Bau. Mit den Plänen, die ich für jetzt anstrebe. Was ich so schaffen möchte. Und ja, dann geht es los mit dem Emberpillus. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao, Jungs. Dann sehen uns beim nächsten Mal. Halt. Untertitelung des ZDF, 2020